Hey Leute, was geht? Schaut uns ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Highlights-Channel. Unbedingt ein Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Auf jeden Fall zeige ich euch heute meine 20-0-Taktik, mit der ich jeden Gegner in der Weekend League rasiert habe und auch in Division Rivals und sonst bei Turnieren und so komplett gut abschneide. Wundert euch nicht, ich chill gerade in Amerika, in Los Angeles. Deswegen ist dieses Video vorproduziert und das ist noch mein altes Team. Aber das ist trotzdem noch meine aktuelle Taktik und die Taktik ist trotzdem super. Deswegen zeige ich sie euch auf jeden Fall jetzt. Das ist das Team, mit dem ich am Anfang von FIFA die ganze Zeit gezockt habe. Es ist ein sehr freshes Team, was richtig geil performt hat. Jeder dieser Spieler ist super. Ja, okay, wobei, naja, okay, es gibt einen Mann, der die Streams geguckt hat, weil Werder hat schon teilweise ein paar Faxen gemacht. Aber trotzdem, 20-0 erreicht und ja, zum Beispiel Davis hat mich komplett überzeugt und mein auch ein bester Linksverteidiger im gesamten Game. Dieser Raketen-Playstyle macht richtig viel aus. Messi und Neymar viel besser als gedacht. Über die Innenverteidiger, da weiß man ja, dass sie top sind. Das sagt auch deren Preis. Naja, wir kommen auf jeden Fall jetzt erstmal direkt zu meinen Taktiken, weil dafür seid ihr ja hier. Ich habe verschiedene Taktiken. Ich habe jede einzelne dieser Spots benutzt. Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun, denn je nach Spielverlauf und so sollte man immer flexibel sein, dass man, ja, wenn man zum Beispiel hinten liegt, dann hält der Gegner auch manchmal 20 Minuten den Ball. Dann müsst ihr eine Taktik haben, mit der ihr ihn komplett presst, mit der ihr die ganze Zeit anretten und den Ball erobern könnt. Denn wenn ihr so eine Taktik nicht habt, wenn ihr Pause drücken müsst, um so eine Taktik einzustellen, der Ball aber nie ins Aus geht und der Gegner einfach hinten rumpasst, bis das Spiel vorbei ist, das ist einfach wack. Das ist einfach wack. Deswegen habt all diese Taktiken auf jeden Fall ready. Und wir gehen in die Taktik, mit der ich eigentlich am meisten gespielt habe. Das ist die Taktik, die ich zu Beginn der Matches immer drin hatte. Ich kann euch erstmal zeigen, 4-3-3-4 finde ich in diesem FIFA extrem stark. Ich finde es richtig gut, wenn man halt über außen kommt in diesem FIFA-Teil und das kann man mit dieser Formation wunderbar machen. Man hat trotzdem noch eine 4er-Kette, das heißt, man steht hinten sicher, man hat zwei ZMs, das heißt, im Mittelfeld ist man auch nicht zu offen, die relativ weit auch sogar stehen. Und dann hat man noch eine Puteas, beziehungsweise man hat einfach einen ZOM. Nicht jeder hat Puteas, aber man hat halt einen ZOM, der überall noch in der gegnerischen Hälfte Meter macht und überall anspielbar ist. Also einfach eine richtig geile Formation. Wir kommen zur Taktik, ich habe Pressure on Heavy Touch, auf Deutsch heißt es Druck nach Fehler. Das heißt, man sieht es ja zum Glück als Beispiel, ihr habt ja hier unten Beispiele, sobald der Gegner einen schlechten Pass spielt, einen Ball schlecht annimmt oder irgendwas hinten kritisch ist, merken eure Spieler das und fangen an zu pressen. Und das Ding ist, Pressing in diesem FIFA ist sowieso so extrem stark. Genau deswegen habe ich auch die Tiefe auf 71 gestellt. Dadurch, ab 71 presst das Team halt sowieso von selber, steht relativ weit vorne und macht von selber auch Abseitsfallen. Finde ich auch sehr, sehr stark. Es ist aber nicht so, wie zum Beispiel bei dauerhaften Druck, so dass das Team dann plötzlich offen steht, so dass die mit drei Leuten auf den Verteidiger zugreifen und der macht dann einen Pass und plötzlich sind riesige Lücken da und er ist durch. Nein, das Coole ist, wenn ihr einfach nur die Tiefe nach vorne stellt und halt nicht Dauerdruck einstellt, dass die Grundformation gleich bleibt. Das Team bleibt trotzdem in einem 4-3-3 oder was ihr halt für eine Formation habt. Wenn ihr halt dauerhaften Druck einstellt, dann die Formation löst sich auf. Das Team spielt plötzlich in einem 1-7-2 oder sowas, wo die Spieler halt gerade rumrennen. Aber wenn ihr es halt so einstellt, wie ich es hier eingestellt habe, bleibt das Team einfach von der Formation gleich, so wie ihr es halt haben wollt. Ist aber trotzdem offensiv. Gegner können euch aber trotzdem nicht einfach überspielen. Das ist halt das Geile. Und ihr erobert richtig schnell in der gegnerischen Hälfte Bälle. Um das Maximum aus dieser Taktik rauszuholen, müsst ihr häufig mit R1 pressen. Ihr nutzt den Spieler, den ihr selber steuert, nutzt ihr, um Passwege zuzurennen. Und währenddessen haltet ihr R1 gedrückt, damit der Spieler, den der Computer steuert, auf den Gegner raufrennt und Druck macht. Das heißt, der Spieler, den der Computer steuert, der sorgt dafür, dass der Gegner passen muss. Und ihr sorgt selber dafür, mit dem Spieler, den ihr steuert, dass er keine Passmöglichkeiten hat. Und so spielt er entweder einen Pass, den ihr abfandt, oder der Computer gewinnt für euch den Ball, indem er auf den Gegner raufrennt, wenn er halt keine Passoption findet und sich nicht traut zu passen. Das ist ganz geil. Ansonsten, ja, finde ich die Breite okay. Hier habe ich alles auf Balance gelassen, alles auf Standard. Finde ich momentan so auf jeden Fall am besten. Ecken habe ich manchmal auf zwei. Bei meiner alten Eckballtaktik, die ich kurz gespielt habe, der einen langen Pfosten geflankt hat, hat das mit zwei gut funktioniert. Jetzt habe ich eine neue Eckballtaktik, die mit drei ganz gut funktioniert. Aber das hier sind, denke ich, je nachdem, was jeder vereignete Taktiken hat, muss man hier unten schon selber sagen, was man am besten findet. Kommen wir kurz zu den Instructions. Sonst werden einige wundern, ich habe hier nämlich absolut gar nichts. Ich habe alles auf Normal gelassen. Fast jeder benutzt hier in die Mitte ziehen halt. Ja, habe ich aber nicht. Ich habe alles bei allen Spielern auf Standard gelassen. Tut mir auch leid, dass es hier alles auf Englisch ist. Aber wie gesagt, es ist alles auf Standard. Irgendwie als ich FIFA gedownloadet habe, hat er gar keine deutsche Version gedownloadet. Das ist richtig lost. Zwei englische Version, keine deutsche, keine Ahnung. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist bei Puteyas Free Roam. Das heißt, sie darf frei auf dem gesamten Feld rumrennen, dass sie nicht auf ihrer ZOM-Position gefangen ist, sondern dass sie, wenn wir rechts den Ball haben, auch mal entgegenkommt, nach links rennt. Keine Ahnung, dass sie halt einfach Meter macht, wie sie will. Finde ich nice. Dann, wenn ich merke, dass ich einen Gegner habe, der gut auf Pressing klarkommt, habe ich diese Taktik hier noch, bei der quasi alles auf Standard gestellt ist, auch mit der 4-3-3-4. Gar keine Anweisungen, gar keine, gar nichts, gar nichts, keine Anweisungen. 4-3-3-4, alle Spiele aufgestellt wie gerade, halt dort, wo sie am besten hinpassen. Und ich habe die Tiefe hier ein bisschen tiefer gestellt und die Breite ein bisschen schmaler unten gestellt in der Offensive, halt wenn ich merke, dass die andere Taktik gegen Gegner nicht funktioniert. Dann ist es manchmal noch so, ja, dass die Taktik beide nicht funktionieren, und ich sogar eine andere Formation brauche. Dann benutze ich nämlich die 4-4-2. Die benutze ich häufig, wenn ich im Mittelfeld bei den Gegnern nicht durchkomme. Wenn ich bei der 4-3-3 merke, diese drei Leute, die ich im Mittelfeld habe, oder auch diese zwei ZM's, die schaffen es nicht, die Bälle nach vorne zu bringen, dann gehe ich auf 4-4-2, weil da mit vier Leuten im Mittelfeld kann den Ball von ganz links nach ganz rechts spielen oder sowas. Da kann man sich nochmal einfacher hinten rausspielen. Das ist meine zweite Lieblingsformation. Hier habe ich auch die Tiefe einfach ein bisschen runtergestellt. Ja, dass ich mit der einfach gut verteidige, so vom Ding her, und dann aus der Defensive nach vorne spielen kann. Gar nicht hier in dem Fall die Gegnerpresse, sondern hier lasse ich die Gegner machen, dann hole ich mir die Bälle und dann gehe ich schnell nach vorne. Wie gesagt, alles andere habe ich auf Standard gelassen. Hier gar keine großen Anweisungen, gar keine großen Taktiken. Auch nicht Mitte abdecken, Außenverteidiger nicht hinten bleiben, alles auf Standard, alles auf Standard. Und jetzt kommen wir noch zu meiner Taktik, wenn es brennt. Wenn der Gegner die letzten 10 Minuten da vorne liegt, hinten nur noch rumpasst, und ich denke, ich komme an keinen Ball mehr. Dann habe ich natürlich komplettes Pressing. Tiefe habe ich auf 75. Man kann jetzt auch auf 100 oder so stellen. Aber dadurch, dass man Pressing hat, dann ingame über das Steuerkreuz nochmal Pressing macht, mit R1 presst und dann selber noch rauf rennt. Also man ist schon offensiv genug. Und ich mag das halt nicht, wenn die so sehr rauf rennen, dass der Gegner nur noch einmal Dreieck drückt und dann schon den nächsten Treffer macht und ganz der Deckel drauf ist. Deswegen habe ich es nicht komplett auf 100. Und ja, Formation, die dazu gehört, ist die 3-4-1-2. Man steht sehr, sehr offensiv. Richtig nice. Man hat trotzdem aber noch einen ZOM, der halt auf die beiden Stürmer verteilt oder auf die Außen spielen kann. Man hat viele Leute vorne. Einfach wichtig, wenn man hinten liegt und halt auch alle sieben Leute, die vor der Verteidigung sind, pressen, arbeiten mit, geben Gas. Wenn der Gegner trotzdem einen Konter startet, dann am besten über seine rechte Seite. Dann habe ich Glück. Dann ist nämlich Davis dort. Der ist so schnell, dass sein Gegner abrennt und ich nochmal einen Gegeneingriff starten kann. Ja, das ist ganz geil. Das ist so die Idee. Habe ich nicht häufig gebraucht bisher, diese Taktik. Aber wenn ich die ab und zu mal gebraucht habe, dann hat es auch ganz gut funktioniert. Und auch hier habe ich bei den Taktiken bisher alles so gelassen. Also ich finde diese einzelnen Anweisungen in diesem FIFA persönlich nicht so wichtig. Also die machen schon einen Unterschied. Aber ich finde sie so, wie sie standardmäßig eingestellt sind, besser gesagt, sogar momentan für mich am nicesten. Nicester, als wenn man hier irgendwas ändert. Auch hier könnte man jetzt sagen, komm, du willst doch eh totalen Angriff. Sagt den ganzen Innenverteidiger noch, dass der als Stürmer spielen soll und so. Ja gut, dann schießt der Gegner, dann passt der Gegner zum Torwart. Torwart drückt Flanke einmal durch, schießt ihn über die Mitglieder, der Gegner ist alleine vom Tor. Also das macht auch keinen Sinn. Ich finde, das ist so schon, wie es jetzt eingestellt ist, wirklich am nicesten eingestellt. Und das sind einfach meine Taktiken. Wie gesagt, die erste, die ich gezeigt habe mit 4-3-3 und Druck nach Fehlern. Das ist die, die ich fast immer von erster bis letzter Minute spiele. Sogar auch, wenn ich vorne liege, spiele ich die weiter, weil ja, auch dann ist es gut, den Gegner zu pressen, sich nicht hinten reinzustellen und einfach weitere Tore zu machen. Das ist so meine Devise. Ja, testet das gerne aus. Wenn ihr gerne mit Druck spielt, dann wird euch das auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn ihr lieber eher geduldig seid, gar nicht so auf den Gegner rauf rennt, sondern einfach hinten abwartet, dass der Gegner Fehler macht und dann kontert, dann ist meine 4-4-2-Taktik für euch vielleicht ein bisschen besser. Und dann kann man sogar als Angriffsspiel schneller Angriff einstellen, dass ihr halt schnell kontern könnt. Dann passt das da auch zu euch. Jo, das waren meine Taktiken. Das war's euch von dem Video. Checkt ihr gerne ein anderes Video auf meinem Highlights-Kanal ab und vergesst, wie gesagt, nicht den Kanal zu abonnieren. Hier kommt auf jeden Fall noch ein nicer Konter. Dann wird es nur meinen zweiten Kanal. Es ist aber lohnt, trotzdem hier abonniert zu haben. Daumen nach oben, würde mich freuen. Abo, würde mich freuen. Ich fühl raus. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.